Hallo und willkommen bei HardwareRat. In diesem Video das Update des 1000 Euro Gaming Computers Juni 2013. Als Prozessor ein Integro i5 4670K mit 4x3,4 GHz. Er hat als TurboTakt 3,8 GHz, 84 Watt TDP, eine integrierte Grafikeinheit, die Intel HD 4600, ist praktisch, wenn man einen zweiten Monitor anschließen will oder fürs Video rendern und noch einen KM-Namen, das bedeutet, er hat einen freien Multiplikator, also freies Übertakten. Er gehört zur neuen Intel-Generation Haswell, ist also ein paar Prozentchen schneller als der 3570K, wird aber auch wärmer durch die schnellere Grafikeinheit und dadurch, dass ein paar Spannungswandler in den Prozessor gewandert sind. Dafür wird aber das Mainboard ein bisschen kühler. Als Kühler ein Tamaride Macho 120, er ist sehr, sehr groß, aber passt trotzdem in sehr viele Gehäuse rein, da er nicht allzu hoch ist und durch seine Größe kann man weit beziehungsweise leise übertakten. Als Mainboard ein Icework Z87M Pro 4 mit dem Z87-Chip-Satz. Es ist das erste Z87-Mainboard auf Mindfactory für unter 100 Euro und es hat die gängigsten Anschlüsse, USB 3, SATA 3, 4 DDR3 RAM-Bänke, PCI-Express 3.0 und eine 7.1-Out-Karte. Und hinten am MyO-Panel zwei USB 2, PS2, VGA, DVI, HDMI, vier USB 3 LAN, fünf 3,5 mm Klinkenbuchsen und ein optischen Ausgang. Als Arbeitsspeicher 8 GB Kingston HyperX GX DDR3 1600 CL9 Dual Kit. Und übertaktet unterstützt der Prozessor bis DDR3 1600. CL9 ist eine gute Latenz. Es ist ein Dual Kit, das bedeutet man kann ihn im Dual Channel Modus laufen lassen. Dabei wird jeder mit 64 Bit angebunden, also insgesamt 128 Bit. Und 8 GB reichen locker noch für die nächsten 2, 3, 4 Jahre aus, da jetzige Spiele nicht mehr als 1,6 GB an RAM belegen. Als SSD eine Samsung 840 Basic mit 120 GB. Sie hat sehr hohe Leseraten und 120 GB reichen locker für das Betriebssystem und alle Programme vielleicht noch ein Spiel aus. Als Festplatte eine 1 TB Seagate Barracuda 7200.14. Es ist eine wirklich sehr, sehr schnelle Festplatte im Vergleich zu anderen Festplatten. Und 1 TB sollte für die Mehrheit locker ausreichen. Als Grafikkarte eine 2 GB Pellet G4S GTX 770. Sie läuft auf dem Standardtakt, man kann sie aber dadurch, dass sie einen so großen Kühler hat, locker übertakten. Und sie sollte jedes Spiel auf Ultra locker darstellen können, mit Ausnahme von Metro Last Light oder Crysis 3. Als Netzteil ein Be Quite Straight Power E9 mit 450 Watt. 450 Watt reichen dicke für den PC aus und es hat 80 plus Gold, das bedeutet es ist sehr energiesparsam. Ich habe jetzt mal nicht das 480 Watt E9 genommen, da es um rund 20 Euro teurer ist und damit den Rahmen von 1000 Euro sprengen würde. Falls aber jemand eins mit Kabelmanagement will, kann er sich das Be Quite E9 480 Watt gerne holen. Dann noch ein DVD Brenner von Samsung und als Gehäuse ein Saman Z9 Plus Midi Tower. Es hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber es ist wie immer nur ein Vorschlag. Ihr könnt natürlich selber entscheiden, welches ihr nehmt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als 2 Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führt euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.